Wer böse redet, hat Vergnügen. Wer Böses tut, hat Erfolg. Und ich werde weiterhin im Stehen winkeln. Egal, was meine Mami sagt. Hi, willkommen zur ersten Folge ZOO. Zitate Open Online. Da hätte ich mir auch einen besseren Namen einfallen lassen können. Ja, dieses Format ist nur ein billiger Abklatsch von Tattels What The Fact. Heute behandeln wir das Themenfeld Gut und Böse. Vertrauen in einen Menschen bringt das Schlimmste in jemandes Licht. Kann einer von euch mir 10 Euro leihen? Du kannst viel Gutes auf der Welt bewirken, indem du einfach den Mund hältst. Ein Mensch, der jede Verantwortung ablehnt, kann nicht durch und durch schlecht sein. Der Teufel ist ein Optimist, wenn er denkt, er könnte die Menschen schlechter machen. Lob macht schlechte Menschen noch schlechter und gute unerträglich. Schreibt euer Lob in die Kommentare. Wenn der Mensch einmal nicht grausam ist, glaubt er gleich, er ist gut. Und könnte stimmen. Wir tragen mit unserem Verhalten zur Klimaerwärmung bei. Das ist Fakt. Aber Moral hat nur eine Chance, wenn sie Gesetz ist oder sich rechnet. Und das hat der Chef eines Ölkonzerns gesagt. Ich sag gesagt. Wer Gehacktes im Wirtshaus bestellt hat, das Vertrauen in die Menschheit noch nicht verloren. Hunger. Tue zehn Jahre lang Gutes und niemand wird es bemerken. Tue eine Sekunde etwas Böses und dein Ruf wird für immer böse sein. Ich hoffe, dieses Format gefällt euch. Willkommen auf der Endcard. Und ich weiß jetzt auch nicht wirklich, was ich euch jetzt sagen soll. Außer Einbauküche.